Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls. So, wir haben jetzt endlich den Skelettklumpen Nito, die Hölle heiß gemacht. Jetzt haben wir seine Seele und jetzt können wir hoffentlich jetzt hier durch die Tür. Jetzt quatschen wir mit ihm. Ich würde gerne Teleportation. Friss mich. Schluck. So, jetzt kriegen wir hoffentlich die Tür da unten auf. So, und da sind wir. Und wir da bieten jetzt hier. Oh. Oh. Es geht bestimmt die Tür auf. Ja. So, jetzt kommen wir hier durch. Und, okay, was ist hier los? Jetzt bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Oh. Nein, Mann. Ach, die sehen mich nicht. Hoffentlich. Oh, okay. Ich laufe mal langsam an denen vorbei. So viele. Oh, mein Gott. Was sind wir hier? Ofen der ersten Flamme. Okay. Alles voller Asche. Können wir da irgendwo hin? Kann ich da irgendwo hin? Ich kann sogar hier hochlaufen. Oh, Mann. Ich muss mich ja schließlich umgucken. Okay, ich komme doch nicht weiter. Super. So. Ofen der ersten Flamme. Gitter ist ein Puzzi. Ich sehe dich. Ja, der kommt schon an. Ah, das sind die Ritter, die... Easy going. Grauer Brunnen. Grauer Brunnen. Ja, wunderbar. Da hinten ist noch einer. Jetzt muss ich mal gucken. Es springt hier vielleicht irgendeiner mir auf den Kopf ansonsten. Okay, hier. Dieses Ding sieht äußerst verdächtig aus, als ob man es benutzen kann. Was ist das? Okay. Okay, es ist einfach nur, ähm, Dekoration. So, wir müssen bestimmt hier zu diesem komischen Tempel, oder was das da ist hier. Okay. Alter, was? So. So. Okay, wir kriegen bei denen rote Brunnen, graue Brunnen. Hm. Okay, was ist das denn für ein Tempel? Oh. Das wird bestimmt wieder irgendeine abartige Scheiße sein. Und das geht natürlich hier runter. Ich glaube, wenn man hier runterfällt, stirbt man. Und das sieht so direkt so aus, als ob das gleich einen Abgang macht hier. Bäh. Da ist ein Item. Da ist ein Ritter. Äh, kommt auch schon. Nein, Mann, ich will doch nicht hier auf diesem Kackteil kämpfen. Nein, Mann. So. Okay, die lassen auf jeden Fall, äh, direkt ein Item fallen. Sind die nur einmalig, die Teile? Ah, schwarzer Ritter. Das ist hier die Ausrüstung. Jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Äh, hier. Na, wo ist es denn? Da. Ein Sliberritter. Helm des schwarzen Ritter. Okay, die Magiefeuer blitzresistent ist es leichter auf jeden Fall. Nun gut, wie sieht es mit der Rüstung aus? Boah, die geht ein Kilo mehr, ne? Aber ist grundsätzlich nochmal ein Tick besser. Außer die Blitzabwehr, die ist kacke. Ähm. Oh, Fluch. Null Fluchresistenz. Null. Das ist heftig. Na gut, ähm. Wie schwer sind wir denn? Sind wir nochmal ein Kilo schwerer? 53, ja. Sollte passen. Ich hoffe, hier sind keine Fluch. Oh, mein Gott, was drücke ich denn schon wieder? Das sind immer 0,5 Kilo. Ja, wir sind auf jeden Fall noch bei der Hälfte. Echt 0,5 Kilo. Null Fluchresistenz ist halt schon heftig, ne? Na gut, wir legen jetzt einfach mal die hier an. So. Okay, das ist schick. Das ist jetzt, komm. Okay. Erstmal umschauen. Wo geht's denn hier lang? Bestimmt gibt's hier mal wieder kein, äh, Leuchtfeuer, äh, das heißt, diesen ganzen Weg darf ich bestimmt wieder latschen. Oh, da ist eine Nebelwand. Ja, Ritter. Axtritter des Brauens. Nein, Mann. So. Wollte schon sagen, lässt doch nichts fallen. Also mit den Rittern habe ich jetzt nicht wirklich ein Problem, es sei denn, die haben so einen scheiß feinen Bogen und stehen auf irgendeinem Dach. Wie in Annalondo, die mich dann da und runter schubsen. Was? Okay, äh, das ist eine Nebelwand. Okay, mehr ist es nicht hier, oder was? Doch. Okay, das sieht sehr großverdächtig nach einem Bosskampf aus. Asche für Squin. Oh mein Gott. What the? Kann ich ihn backsteppen? Wahrscheinlich nicht. Was? Ja, jetzt bin ich tot. Okay, was? Das war so typisch. Okay, das ist, ist das jetzt der Endboss? Ist das jetzt der Endboss? Was ist 20 Estus? 20 Estus, Flocker, was ist denn hier los? Alles klar, okay. Der Weg ist ja relativ einfach. Also, ich verschrei es jetzt mal wieder, aber... Und gut. Sind bestimmt wieder die Ritter da, oder? Ja, natürlich. Aber das sollte nicht das Problem sein. Warum haben wir jetzt 20 Estus Flakons? Das ist ja unglaublich. Weil wir das Gefäß jetzt komplett, äh... ...gefüllt haben mit Seelen wahrscheinlich, oder wie? Kann ich einfach mal behaupten? So. Okay, hier kann man nicht richtig farmen. Diese, diese grauen Brücken und alles. Lassen die das immer fallen jetzt, oder wie? Was ist hier los? Okay. Wir haben ja eh 20, deswegen... Scheiß drauf. Okay, was war das für eine Attacke? So. Falscher Weg? Ist da lang. Okay, also der, der Fürst Gwyn hat so ein Ultra-Power-Schwert. Ich habe so das Gefühl, dass er vielleicht sogar zwei Phasen hat. Mich wundert es, dass da keine Videosequenz, ähm, ist. Das wundert mich wirklich. Wenn es ein Endboss ist, äh, würde ich eigentlich ein, ein, eine Videosequenz erwarten. Irgendwie so, so ein... Oh, nein, Mann. Lalalala. Irgendwie so... Ein krasser Einmarsch, oder so. Keine Ahnung. Nein, Mann. Adios. Oh, toll. Jetzt kriegen wir das Item bestimmt nicht. Verdammt. Okay. Tudududududududum. Ja, komm. Alles klar. Das ist total motiviert, ey. Nein, Mann. Das finde ich zumindest krass, dass sie wirklich jetzt, ja, immer ein Item fallen lassen. Können echt farmen. Also jedes Mal 10.000 Seelen. Wieso kann ich ihn nicht backstimmen? Was denn hier los? Jetzt. Da ist er ja wieder. Was ist hier los mit seinem Ultra-Power-Move-Flammen-Schissdreck? Ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Ob links oder rechts oder links. Nein, pack mich nicht. Okay, der zieht auf mir aber ganz schön viel ab. Ich trinke mal was. Okay, ich trinke einfach mal nichts, weil er... Was? Wieso treffe ich nicht hier? Das gibt's doch gar nicht. Trinken. Oh mein Gott. Okay, der ist relativ schnell, ey. Was? Ich komm doch mal nicht immer so schnell hinterher, ey. Ey, ey. Was? Jetzt hör doch mal auf hier, ey. Was? Der ist viel zu schnell. Hä? Der ist viel zu schnell? Warum ist der so schnell? Ja. Okay. Oh mein Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hier ist mal wieder diese ganzen... Jetzt geht's wieder durch mit diesen ganzen beschissen Wingen. Wobei der ja nicht so beschissen ist. Das ist einfach nur... Ritter, Ritter, Ritter. Und laufen. Aber der ist viel zu schnell. Das geht so nicht. Jetzt komm. Ich versuche jetzt auch ehrlich gesagt nicht durchzurennen. Weil die Wahrscheinlichkeit dabei drauf zu gehen ist doch schon sehr hoch. Das ist wirklich akutes Farmen hier. Das ist ja unfassbar. Okay. Oh, Schwert eines Drachentöters. Das wiegt bestimmt 10.000 Kilo, ey. Achso, jetzt habe ich hier das Ding an. Das kann man alles wieder ablegen. 220. Das wiegt wie viel? 14 Kilo. Wie viel wiegt unsere Waffe gerade? Wo ist es denn? Achso, weiter unten. 16 Kilo. Wie viel war das? 14 nur? Sehr leicht, aber. 16 Kilo wiegt unsere. Ist ja viel leichter. Ja. Achso, ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob wir das überhaupt, äh... Oh, es skaliert auf jeden Fall sehr gut mit, äh, Stärke. Ich bin jetzt bei 51 Kilo, ne? Das ist halt ziemlich langsam halt, ne? Also... Gut. Ähm, wisst ihr was? Ich werde mal mich an dieses Bonfire setzen und werde dieses Schwert mal aufwerten. mal umzugucken. So. Schwert, neues Schwert. Okay, dabei esse ich mal noch mal ein paar Souls. Oh, Alter. Ja, wir nehmen immer schön die kleinste. Nein. Ich wette, das Aufwerten, das kostet, das kostet. Bestimmt ein paar Seelchen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Funkelt die dann jetzt? Ah, davon haben wir ja ein bisschen was, ne? So, und das ist jetzt aufgewertet. Wie viel Schaden drücken wir jetzt mit dem? 330 Schaden, alter Vater, ey. Das ist natürlich relativ langsam und unsere, mit unserer hellen Bade. Wo ist sie denn? Drücken wir. Oh, 210. Okay, wir nehmen mal kurz das, wir nehmen mal dieses Schwert an. Wir benutzen dieses mal. dickes Ultra-Power-Ultra-Ultra-Ultra-Schwert. Das ist ja zwar ultra langsam, aber was soll's. Dafür drücken wir einfach den Schaden. so. Jetzt schlage ich euch mit euren eigenen Waffen, ihr Spinner. Und der legt noch. Alter! Oh, wow. Okay, das ist schon... Man muss sich an den Smooth, äh, gewöhnen. Oh, mein Gott. Das ist okay, äh. Der Boss wird ja spannend werden mit dieser Langsamheit. So, selbst mit dem Backstep übernehmen die noch. Das ist ja unfassbar. Aber ich drück zumindest mit dem Backstep mehr Schaden. Guck mal, wie schnell der einfach ist. Was? 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 So, man muss sich ja ein bisschen einfuchsen, ja schließlich. Ein bisschen. Oh mein Gott, das wird jetzt richtig spannend. Ich denk' aus. So. Ah, jetzt wegen unserer guten Seelen nehm' ich da, äh, bei dem Boss halt drin. Das ist ja kacke, ne? Naja. Höh. Das war ein wenig Herrschaft, ne? Okay, ich, äh, vergiss die Reichweite auch. Das ist halt völlig unnötig. Aber gut. Zack. Aber ich find's schon mal gut, dass wir hier 20 Estes Flakon haben, ey. Ohne Scheiß. Vielleicht hätte ich doch noch ein bisschen mehr in, in Leben investieren müssen. Nun gut. Wir werden's auch so irgendwann schaffen nach, weiß ich nicht wie viel Toten, aber wir werden es schaffen. Okay. Oh, ein Schwarzritzer-Shirt. Wir gucken uns das natürlich auch direkt erstmal an. Äh, wo ist es denn? Nein, nicht hier. Alter, unten. Da. Blitz, Feuer, Haltung. Wiegt 6 Kilo. Wie schwer ist uns das? Wo ist es denn das hier? Oh, der wird 3 Kilo schwerer, Alter. Okay, dann sind wir immer noch bei 54 Kilo. Äh, das sollte theoretisch passen, ne? Schwarzritzer. Feuermagie, nicht so. Aber, oh gut. Oh, kommen wir links an. Bup. So, die Ausrüstung kommt jetzt. So, ziemlich. So. Ich trink mal in Sicherheitshalber was und dann werden wir hier diesen Vollspinner hier mal direkt ins Gesicht äh, unser neues Schwert rammen. Ich werde hier schön vorne bleiben, damit unsere Souls... Okay, ich werde... Was? Ich werde trinken. Wie soll ich dieser Scheiß bitte ausweichen? Alter. Okay, wir drücken ihm schon Schaden, aber er drückt uns einfach viel mehr Schaden. Was? Trinken, bitte schneller. Oh mein Gott. Ich will zur Tür. Ich will zur Tür. So. Oh. Okay, er ist so ultra mit seiner Kacke hier, ey. Jetzt packt er mich. Verdammt, jetzt sind wir bestimmt tot, ey. Eigentlich ganz, aber... fast... Was? Für eine Rancher hat. Oh mein Gott, okay, ähm. Ah, 74.000! Ah! Wisst ihr was? Ich, ähm... Ich werde das, glaube ich, für euch in der nächsten Folge schneiden. Direkt erst mal. Ich glaube, ich werde da noch ein paar, äh, Versuche an dem Sitzen. Weil der einfach viel zu schnell ist. Ich weiß nicht. So. Und es nervt. Schon wieder so ein bisschen. Es fängt schon wieder an, mich zu nerven. Na gut. Ähm, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir ihn platt. Bei, weiß nicht, wie viel zu versuchen. Wie gesagt, ich schneide es für euch dann zusammen. Bis dann. Ciao. Ciao.